Wir haben heute einen der Vorspielabende an unserer Schule, einen der vier Vorspielabende und hören Sie sich an, was unsere Kinder zu bieten haben, was sie in diesem Jahr bei uns an der Musikhauptschule Stilhofen gelernt haben. Wir haben heute den dritten Vorspielabend unserer Musikklassen. Die Lehrer haben sich wieder ins Zeug gelegt, dass sie wieder präsentieren können ihre Jahresarbeit, was die Kinder gelernt haben und ich glaube auch wieder mit dem Publikum im Hintergrund wird es wieder etwas ganz Besonderes. Ich freue mich, dass von den Eltern die Leistung der Lehrerschaft so anerkannt wird und alles weitere werden sie jetzt erleben. Musik Wir sind stolz auf unsere Kinder. Wir sind stolz auf das, was sie in diesem Jahr geleistet haben. Heute haben sie einen kleinen Ausschnitt davon gehört. Wir hatten schon ein Musical, wir hatten große Projekte in diesem Jahr und heute war der Abschluss der zweiten Klasse. Wir freuen uns, dass sie es so toll hinter sich gebracht haben und uns alle begeistert haben. Musik 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 Vielen Dank.